Ah, einen schönen guten Tag, ihr kleinen Märchenfreunde. Eine ohrenbetäubende Ruhe ist es hier im Wald. Bist du auf der Suche nach Winterpilzen? Nein, nach einem Erzengel. Nach einem Erzengel? Ach ja. Ich habe ja einen Scharker gefunden, einen Würgenpoling gefunden. Wegen Finden und so. Ich finde es ist ziemlich kalt heute. Ja, du Finden, bist du zu denen angezogen? Ja, angezogen, ja. Hoffentlich habe ich die Handbremse angezogen. Am Auto. Du bist aber erschöpft. Ja, ich bin an der Quelle angekommen. Da musste ich ja gegen den Strom schwimmen. Aha. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Nur Tose, Fische schwimmen mit dem Strom. Und wenn man zur Quelle will, dann muss man gegen den Strom schwimmen. Und hier ist die Quelle. Das war so eine Kraftanstrengung gewesen. Das stimmt allerdings. Deshalb muss man eine Quellensteuer bezahlen. Die Erzengel Vielen Dank.